Was ist die Betriebsratswahl? Dass rund 10% mehr Löhne und Gehälter gezahlt werden, dass bessere Arbeitsbedingungen da sind und dass man unheimlich viel gestalten kann, insbesondere wenn es auch um Familie und Beruf geht oder um andere wichtige Fragen der Interessensvertretung. Und deshalb ist es gut, wenn wir Betriebsratswahlen durchführen.